Hallo Leute, es ist mal wieder soweit, endlich! Ich will mit euch Mario Kart spielen und zwar morgen, am Samstag, den 7.4. Mario Kart 7, damit fangen wir an um 12 Uhr morgens. Ja, ich weiß, das wird auch für mich echt hart, aber kriegen wir hin. Und dann spielen wir Mario Kart Wii um 16 Uhr. Bis dahin habe ich mich dann auch wieder so ein bisschen beruhigt von den ganzen Fails in Mario Kart 7. Ich denke, das dürfte dann ganz gut gehen. So, und ich wollte noch etwas genau. Wir machen natürlich wieder mindestens drei Cups und der dritte wird ein Spezialkup werden. Also ich hoffe, ihr hört euch das bis hierhin an. Es geht ja gerade mal ein paar Sekunden, von daher denke ich mal, das klappt. Gut, also, was nehmen wir denn? Wir nehmen diesmal Bösewichte, ja. Da könnt ihr Waluigi, Wario, Bowser, Knochen, Trocken, gibt's den überhaupt? Ja, keine Ahnung. Ja, den gibt's. Alle sowas. Alle sowas könnt ihr nehmen. Und dazu irgendein Kart. Kart lasse ich euch. Freie Wahl. Ich will es nicht zu sehr auf irgendwas hier festlegen. Nein, das muss gar nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Gut, wer dabei sein will, es sind noch ein paar Plätze frei in der Freundesliste. Da könnt ihr noch hier runterschreiben. Dann werdet ihr geedit. Auch die, bei denen das beim letzten Mal nicht geklappt hat, da wäre es nicht schlecht, wenn ihr da auch nochmal den Code reinschreibt, wenn ihr dann dabei sein wollt. Ja, ansonsten, Mario Kart 7 steht der Community-Code wie immer in der Liste. Also im Bild hier, ihr seht's ja. Und in der Beschreibung. Liste. Klar. Und ja, das ist auch eigentlich schon gewesen. Mario Kart 3DS-Freundescode braucht ihr nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Ja, hab ich, glaub ich, schon mal erwähnt. Und ansonsten, ja genau, da hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wie sieht es aus mit Kid Icarus? Habt ihr da mal Lust, online zu spielen? Das könnte man mal testweise machen. Äh, da würde ich jetzt an dieser Stelle mal fragen, wer da Lust hat, der kann auch einen Kommentar dazu schreiben, dass er Bock hätte, da mitzumachen. Und dann schauen wir mal, wie viele wir da finden. Okay, Leute, wir hören uns dann wieder in Mario Kart. Und übrigens, frohes Dach. Bis dann. Und ciao. Bis dann.